Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der hier vorgelegte Antrag zeigt, dass die Piratenfraktion zwar 2012 in dieses Parlament gewählt wurde, aber ganz offensichtlich den parlamentarischen Kompass nicht richtig eingestellt hat. Ihr Antrag zeigt, dass Sie die Anmerkung des seinerzeit sitzungsleitenden Präsidenten im Kern, glaube ich, nicht verstanden haben. Ich meine auch, dass die Autorinnen und Autoren ihres Antrages das Gutachten nicht sinnhaft nachvollzogen haben, welches die Anmerkung des Vizepräsidenten Keimes vom 4. Dezember 2015 vollinhaltlich bestätigt hat. Ich zitiere aus Seite 21 des Gutachtens. Insgesamt spricht einiges dafür, dass sich die Nichtansprache der Zuhörerschaft zu einem parlamentarischen Brauch oder gar Gewohnheitsrecht verfestigt hat. Einmal als Anstandsnorm des parlamentarischen Miteinanders über den Gehalt einer Höflichkeitsform hinaus, aber auch zum Schutz der Würde des Parlaments als zentraler Institution des Parlamentarismus. Das, meine Damen und Herren, das, liebe Piratenfraktion, zieht auf den Kern der Bemerkung, die Vizepräsident Keimes am 4. Dezember 2015 machte. Herr Kollege, stellen Sie eine Zwischenfrage von Ihnen? Nein, ich möchte einmal zusammen einen Vortrag. Ich möchte ihn damals noch einmal mit seiner Passage zitieren. Er sagte, Wir sprechen hier in diesem Parlament nicht mit den Zuschauern. Das ist im Parlamentarismus ganz klar so geregelt. Das hat damit zu tun, dass wir aus Weimar gelernt haben. Ich will es einmal ganz deutlich sagen. Es ist nett, wenn Sie die Leute begrüßen, obwohl es falsch ist. Es entspricht nicht dem parlamentarischen Brauch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so ist das und nicht anders. Unsere Parlamente arbeiten dem Prinzip nach als sogenannte Kollegialorgane. Kollegialorgane sind Organe, die mit einer Mehrheit grundsätzlich gleichberechtigter Organwalter, also Parlamentarierinnen und Parlamentarier, besetzt sind. Wir alle als gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter nehmen gemeinsam die dem Kollegialorgan zugrunde zugeordneten Aufgaben und Zuständigkeiten war. Unsere Willensbildung erfolgt nach dem in unserer Geschäftsordnung festgelegten inneren Organisationsrecht, wo vieles detailgenau im Miteinander geregelt ist und schließlich die Mehrheitsentscheidung für die Beschlussfassung ausschlaggebend ist. Das ist der tiefere Sinn unseres freiheitlich-demokratischen Systems, solange es als parlamentarische, repräsentative Demokratie verfasst ist. Der Gutachter schreibt auf Seite 7, ich zitiere, rechtstheoretisch gründet die Parlamentsöffentlichkeit dann auch auf dem Repräsentationsprinzip. Und weiter heißt es, Die Öffentlichkeit ist also Adressatin der Debatte, aber nicht Teilnehmerin der Debatte. Ohne Öffentlichkeit keine Repräsentation. Ohne Repräsentation keine Legitimation. So lautet nach dem vorliegenden Gutachten das unverzichtbare Prinzip des deutschen Parlamentarismus. Ausdrücklich bestimmt die Hausordnung des Landtags NRW für die Besucherinnen und Besucher von Plenardebatten das Verbot von Bekundungen des Beifalls, des Missfallens und sonstige Äußerungen. Sie sind auf die Rolle eines passiven Zuhörers beschränkt. Auch wenn dies in der Paulskirche 1848 noch nicht galt, so kann doch davon ausgegangen werden, schreibt der Gutachter auf Seite 9, ich zitiere, dass sich bereits unmittelbar nach der Paulskirche das Ruhegebot für die Tribünen als Grundsatz parlamentarischer Ordnung entwickelte bzw. verfestigte. So wurde es also bereits am 28. März 1849 für die zweite Kammer des Preußischen Landtags festgelegt und auch danach immer wieder übernommen, ob in Weimar oder im Bayerischen Landtag, im Bundestag oder bei uns hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und für die Abgeordneten gilt die, so schreibt der Gutachter auf Seite 13, die, ich zitiere, parlamentarische Ordnung, ein Sammelbegriff für alle einschlägigen Regeln, insbesondere auch ungeschriebenes Gewohnheitsrecht und Parlamentsbräuche. Prägend für die heute geltenden Regeln waren dabei aber auch die Erfahrungen mit den Feinden der Demokratie in den Parlamenten der Weimarer Republik. Und genau hierauf bezog sich seinerzeit die Anmerkung des Vizepräsidenten Keimis. So nett die Begrüßungen gemeint sind, sie widersprechen dem parlamentarischen Brauch. Nicht die Mitbegrüßung der Tribüne mindert die von Ihnen angeführte Politikverdrossenheit, sondern die Inhalte und die Glaubwürdigkeit der vorgetragenen Positionen werden von den Gästen auf der Tribüne bewertet. Und, liebe Piraten, unterstellen Sie den Menschen wirklich, dass sie sich mehr von der Begrüßung angesprochen fühlen, als von der Sinnhaftigkeit unserer politischen Aussagen? Sie müssen den Menschen hier von diesem Pult aus nicht erklären, was wir hier verhandeln. Und genau diesen Versuch machte der Kollege Bayer am 4. Dezember 2015, sondern Sie sollen hier darlegen, warum Sie diese oder jene politische Maßnahme für richtig oder falsch halten. Die Menschen, die uns zuhören, die können das einordnen. Meine Damen und Herren, wir verhandeln hier stellvertretend für die Menschen, die uns dieses Mandat dafür erteilt haben. Und wir beraten uns mit den Menschen in den Versammlungen und Veranstaltungen überall im Land, an denen wir teilnehmen. Wir telefonieren mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Wir tauschen uns über alle Foren und Formen des Internets mit ihnen aus. Wir schreiben uns und wir sprechen abends in der Kneipe mit anderen Menschen. Hier aber ist der Ort der repräsentativ-parlamentarischen Demokratie. Hier beraten wir uns als politische Kolleginnen und Kollegen, als Mandatsträgerinnen und Mandatsträger über die beste politische Lösung. Aber ganz bewusst lassen wir unsere Auftraggeber außen vor. Das ist repräsentativ-parlamentarische Demokratie. Das sichert Einigkeit, Recht und Freiheit. Eindrucksvoll nämlich zeigt uns das Gutachten mit den dort aufgeführten Bezügen zur historischen Entwicklung, wohin es führt, wenn wir diese gut eingeführten parlamentarischen Bräuche infrage stellen. Das Stichwort lautet Weimar. Nicht Sie als Piratenfraktion stellen mit solchen Auflösungstendenzen des geübten Brauches eine Gefahr für unsere Demokratie dar. Aber nach Ihnen kommen vielleicht andere Parteien auch in dieses Parlament und berufen sich dann auf die von Ihnen schleichend benutzten und geduldeten neuen direkten Kommunikationsformen. Die neun anderen Parteien reden dann zum Beispiel über die versammelten Abgeordneten hinweg, weil eben die, ich zitiere, Bürger des Landes, Zitat Ende, jeweils zu ihrem Redebeginn an, so wie es NPD-Abgeordnete im Schweriner Landtag tun. Der Unterschied zwischen dem freundlich gemeinten Begrüßen und dem politische Missachtung des Parlamentarismus ausdrückenden Begrüßens des Volkes an sich verschwindet so schnell wie manche Fraktionen, die einst in ein Parlament gewählt wurde. Deswegen sagen wir hier Ihnen an dieser Stelle, wie es auch der Vizepräsident Keimes am 4. Dezember 2015 getan hat, wehret den Anfängen. Wir stimmen der Überweisung des Antrages in den Hauptausschuss zu. Den Inhalt dieses Antrages aber lehnen wir ab, denn das nordrhein-westfälische Parlament braucht vor allem stand- und meinungsfeste Politikerinnen und Politiker, die sich nicht Moden oder Mätzchen anpassen, sondern die sich der Freiheit und der parlamentarischen Demokratie nicht nur verpflichtet fühlen, sondern sie mit den Menschen in unserem Land gemeinsam leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Engstfeld. Es gibt eine kurze Intervention, angemeldet von Herrn Kollegen Bayer. Herr Bayer, 1,30 für Sie. Vielen Dank, Herr Präsident. Gerade Ihr letzten Absatz zu während den Anfängen ist genau das, was ich meine, was nicht das ist, was man aus dem Gutachten ziehen soll und auch was gefährlich ist an der Stelle, weil man da komplett falsche Schlüsse zieht. Sie haben das auch teilweise sehr verdreht dargestellt gehabt, was im Gutachten drinsteht. Wichtig ist vor allem, die Intention ist entscheidend und eben, es ist nicht mit Weimar zu vergleichen, wenn man hier Zuschauer entsprechend anspricht oder auch Dinge erklärt oder Dinge nach außen bringt und Öffentlichkeit hat. Es gibt da sehr strukturelle Unterschiede, die auch nicht automatisch nach Weimar führen oder danach. Und auch der Schluss des Gutachtens, den haben Sie ja zitiert, praktisch das, was am Ende rauskommt. Da macht das Gutachten zwar keinen Fehler, aber das Gutachten beschränkt sich nur auf absolute Zahlen und sagt, okay, wenn 20 Prozent der Abgeordneten das machen, 80 nicht, dann ist wohl die Situation so, dass es üblich ist, es nicht zu machen. Also Fazit, man müsste sich, um es aber genau zu beurteilen, jetzt angucken, wie ist denn der Trend? Ändert sich was? Wieso ändert sich was? Und so weiter und so fort. Wie ist es in den Einzelparlamenten? Da reicht die Datenlage des Gutachtens nicht aus. Ich interpretiere das sozusagen anders. Ich nehme die Formulierung, die Aussagen, die vorher im Gutachten gemacht werden, sage, wenn der Trend aber dahin geht, dass es zunimmt, dann spricht das Gutachten im Grunde für meine Argumentation. Man könnte Folgebutachten machen. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer, für diese Kurzintervention, die jetzt auch akustisch deutlich besser zu verstehen war, wie der erste Anlauf. Würde am Anfang mich verwehren, ich habe nicht die Aussagen aus dem Gutachten verdreht, so wie es gerade behauptet wurde, das sehe ich nicht so. Natürlich kann man wahrscheinlich das eine oder andere anders rauslesen, aber diese Unterstellung möchte ich doch zurückweisen. Ich habe Ihrer Rede ja zugehört, Sie haben ja meiner zugehört. Wir haben da unterschiedliche Schlüsse und Argumentationswege. Ich habe die Gefahren, die wir sehen, dargestellt und dabei bleibe ich auch. Und ich freue mich auf die Debatte dann im Ausschuss.